... ... ... ... Ach ja, Sperry. Mond, wo bist du? Da oben ist der Mond. Er geht noch auf. Scheiße. Ich will nicht im Dunkeln. Vor allem wenn ich kein Essen habe. Ich hätte mir Essen mitnehmen müssen. Na, ich baue mal diese Dinger hier ab. Ach, da ist ja Stone-Drumm. Mond ist so schön gelb. Hä? Der Mond ist gelb. Nein, der ist weiß. Diese Dinger bringen uns wahrscheinlich noch nicht mal irgendetwas. Nein, doch. Welche Dinger? Das sind Solar Panels. Und mein Minecraft has crashed. Ne, hat's nicht. Alloy Furnace. What the fuck? Silicon Wafer. So, ich bin jetzt bei dem Voltar. Red Doped Wafer. 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 Wie macht man den? Silicon Bowl. Und wofür braucht man das? Nur fürs Essen. Wafer. Was? Bist du da? Ja. Du. Nein. Wo bleibst du? Ach, da. Ich bin jetzt beim Volkan. Da, da, da. Ich seh dich. Hallo. Ich steh hier oben auf. What the fuck baust du? Äh, ich baue nichts. Ich, äh, ab. Ich baue ab. Ich weiß noch nicht, wofür wir diese Dinger hier oben irgendwann mal brauchen werden. Aber ich nehm sie einfach mal mit. Sie befinden sich so da Dinger. Ja. Und dieser, und dann ist auch endlich nicht mehr der, das Dach, äh, pink. Ähm, so. Bau dich einfach hoch. Nein, ich suche jetzt die. Ja, ich will erstmal was zu essen haben. Ich will erstmal was zu essen haben. Ich hab das Chatpack. Echt jetzt? Ja. Lass mich raten, es lag genau ein Block neben dem, was ich ausgegraben habe. Richtig. Oho, bin ich gut. Ähm, wenn ich hier runter... Ach ne, stimmt ja, warte mal. So. Ich hab keine Sachen zum Hochbauen. Ah doch, Babel. Na gut. Nie? Krieg ich denn ein Glas Jetpack? Ne, mal. Aber erstmal tippert. Du bist da unten. Hä? Wer? Hä? Das ist Daniel. Ach, das ist... Ah! Komm erstmal mit rein. Hä? Alter. Ich bräuchte was zu essen. Ja, du Lapp. Danke. Und ich bräuchte was... Ja, du Lapp. Ich hab nen Jetpack an. Ja. Danke. Die Kästen hast du abgebaut. Ja. Zwei Iron Chests. Da ist mega viel... Was bringen die eigentlich? Mega viel Platz. Mega viel Platz. Guck mal rein. Warte. Warte, 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 warte. Kann man daraus auch ne Doppelkiste machen? Nein, leider nicht. Man kann die Kisten aber halt trotzdem nebeneinander stellen. Aber sie werden halt nicht doppelt. Das ist ja eigentlich egal. Cool, ist egal. Hier ist closed down. Loil, was ist denn das? Guck mal hier. Hier hängt ein kleines weißes Stück raus. Wo denn? Was ist das? Hä? Ich will's abbauen. Ah. Es ist... Hat's wer eingesammelt? White Wool Cover Corner. What the fuck? Hier. Schau mal. Jetzt liegt... Hier. Au. Lol. Warte mal. Lol. Egal. Jetzt müssen wir unbedingt irgendwo platzieren. Ab nach Hause. So, hab ich mein White Pool. Wuhu. Wiegst du? Ja. What? Wow. Ähm, warte mal. Wie doof bin ich eigentlich? Oh oh. Das war klar dann. Ähm, ich werde jetzt sterben. Ich bin gestorben. Ich... Ich probiere dir mal jetzt zu helfen. Warte mal. Ich hab ja jetzt wieder was Leben. Warte für dich. Haha. Nein, du bist bei uns an der Base. Egal. Dann... Richard, nimm meine Sachen mit. Also zumindest das Wichtigste. Das Diamantzeug und so. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Dann schmeiß irgendwas weg. Ich kann noch. Ja, ich hab nur Wichtiges dabei. Ich kann was aufsammeln noch. Ja, nimm bitte mal. Aber dafür bräuchten wir erstmal, äh... Wie heißt das? Alter, wie viele scheiß Viecher sind hier. Zu... Viele. Wie viele. Mein Diamantschwert und mein Bruchpfand damit. Alter, diese scheiß Skelette sind das schlimmer. Zombie, geh weg. Au. Kack Skelette, ey. Nimm mal was ab hier noch. Ja, ähm... Ja, verteidige mich mal. Äh, so. Wir haben ein Schwert. Dirt brauchen wir nicht. Fuck, 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 fuck. Boah. Glück hab. Alter, ich hab nur noch ein Herz. Alter, ich schwör, ich bring... Nein! Nein! Du hast mich grade getötet. Ja, klar. Minus ein Leben. Dann wären die aber auch schon... Genau. Minus ein Leben. Aus Versehen geschlagen. Ne. Ne, das zählt jetzt nicht. Nein, zählt nicht. So, schwimmt ganz schnell hierher. Ich brauch jetzt eure Hilfe beim Aufsehen. Ja. Sorry, Nesparic. Nicht schlimm. Wie gesagt, ich werd das nicht ansehen, dass das jetzt Minus ein Leben ist. Nein. Ich werd das nicht ansehen. Ihr schreibt gar nichts. Ich schreib gar nichts. Ich seh's nicht an. Wo ist dieses Scheiß-Skelett? Nein, hast du überhaupt irgendetwas dabei? Gar nichts. Super. Bist du schlau? Ich weiß. Ähm. Verzieh dich. Ja, genau. Hör auf mich zu schlagen. Ja, ich komm hier nicht mehr runter. So, was will ich mit dem Scheiß-Holz? Äh... Fuck. Warte mal. Halt, ach, halt. Ich kann auch den Sand oben nicht abbauen, weil ich dich sonst haufe. Warte, ich kann... Geh mal weg! Ich konnte gerade abbauen. Ich hab mich nicht mal bewegt. Doch, mit deinem Kopf. Ah. Ah, fuck. Ah, super. Na, super. Mann! Gerade eben konnte ich abbauen. Sag, wenn du noch ganz wenig hast, dann hör ich auf. So, Chat. Nein. Kopf, beweg mal deinen Kopf. Nein. Nein. Aber Iptom wurde auch tippet. Schreib einfach nö. Schreib einfach nö. Schreib einfach nö. So. Darf ich porten jetzt? Warte. Naja, wo bleibt diese Scheißantwortung? Wieso kommt mein Hund hier rein? Ach so. Jetzt mach... So. Die haben heute auch...